Bodenbelag, Ausdünstungen von den Wänden, also Farben, Lacke, das haben sie alles in der Luft. Und diese ganzen Partikel werden mit dem Luftreiniger gefiltert. Das heißt, das ist wirklich, also das ist so absolut sinnvoll. Das ist wirklich ein guter Schritt einfach zu einem verbesserten Raumklima, zu einer besseren Wohnatmosphäre und zu mehr Wohlfühlen. Ist definitiv so. Bei Wiesent 69,99 ist der Preis. Björn, wir sehen uns gleich nochmal, noch zwei Mal in der Sendung. Also auch wenn Sie Fragen haben zum Tagesangebot, merken Sie sich die. Schicken Sie die uns vielleicht gleich gerne per WhatsApp und dann können wir da auch drauf eingehen. Also wirklich ein geniales Gerät. So, Isabel Klaassen ist bei mir. Hallo, guten Morgen, guten Tag, seit heute. Ach, seit heute, seit heute, genau, mit großer Rakete und Konfetti-Kanone. So, ich hätte ja einfach mal hier den Insider lesen müssen, da steht es ja auch drin. Insider wissen mehr. 17.07. ab 0 Uhr gibt es auch ein Date, sehe ich. Ja, ja. Und dann gibt es eben, aber jetzt gucken wir uns erstmal an, was du mitgebracht hast. Ich habe ganz viel Tolles mitgebracht, Inprint seit 22 Jahren, jetzt feiern wir Inprint und wir haben eine ganz neue Idee. Wir haben Inprint erweitert, nicht mehr nur Shirts, sondern wirklich auch Kleider zum Beispiel. Und ich habe heute ein Kleid dabei, das allererste Mal, mit einem Polokragen und dieser Blende und einem Gürtel. Das gab es alles noch nie. Das sieht ja unglaublich frisch aus. Wirklich schön, das haben wir in drei Farben, nämlich die Artikelnummer. So, und von den Größen, sage ich Ihnen auch sofort, sind wir hier bei S bis XXL. S steht für? 36, 38. Und wir gehen rauf bis zur 2XL 52, 54. Ab der Größe L haben wir bei Inprint immer Brustabnäher. Ah ja. Ansonsten, wer Inprint noch nicht kennt, wir sind hier eine Kofferwarenmarke. Also wir haben Bequemlichkeit, wir haben Passform und wir haben diesen tollen Look in Form von wirklich lebensfrohen und bunten und einfach ausdrucksstarken Drucken. Das liebe ich so bei Inprint. Das sieht auch hier wirklich besonders schön aus. Weiß groß, genau. Und ich habe ja jetzt hier den Gürtel, also wenn ich es ohne Gürtel tragen würde, das würde auch funktionieren, dann können Sie das eher locker hängen lassen. Also das Tolle ist, Sie haben hier eine Balance bei dem Kleid zwischen wirklich bequem, weil das Material so elastisch ist, weil es so mitgeht, weil es so schön temperaturausgleichend ist. Und dann haben Sie eben diesen schönen Polo-Ausschnitt und Polokragen und dadurch sieht es um. Vielen Dank.